33! Zu wenig! Nochmal! Geht der Mann bei Ihnen eigentlich einen Schritt hinter der Frau? Oder ist es gestattet, dass er neben ihr läuft? Er darf neben ihr laufen, wenn er mit ihr Schritt halten kann. Seien Sie herzlich willkommen, Genosse Rakosnik! Ich hoffe... Ich hoffe, es wird Ihnen hier bei uns gefallen. Der Arsch haust ihn nur richtig an. Ist das nicht schön? Dies ist kein Land. Dies ist ein Garten.